So, ab heute, den 1.8., das ist ein Tag, auf den haben wir lange gewartet, denn ab heute ist es nun aktuell und verbindlich. Die Übersicht der förderfähigen Kessel, die wurde aktualisiert. Und das ist gerade in unserem Fall mit den Atmos-Kesseln, da gibt es jetzt große Änderungen, positive Änderungen. Bisweilen ist es nämlich so gewesen, wir haben die Kessel schon immer von Haus aus förderfähig in Verbindung mit dem Partikelabscheider. Das rührt daher, weil im letzten Jahr war das eine dringende Voraussetzung, dass man einen Partikelabscheider mit dabei haben musste. Prinzipiell finde ich einen Partikelabscheider aber überhaupt nicht verkehrt, bin ich ein absoluter Befürworter. Denn er stellt eins sicher, das muss man wissen und berücksichtigen, egal in welchem Zustand sich der Kessel befindet, in welchem Reinigungszustand, wir müssen nie Bedenken und Angst haben, wenn der Schornsteinfeger zur Abgasmessung kommt. Denn das Schlimmste, was passieren könnte, ist das, dass der Kessel grundgereinigt ist, blitzeblank richtig glatte Oberflächen hat und jetzt hat der Staub gar nicht die Möglichkeit, an einer groben Oberfläche zurückzubleiben. Nein, er kommt auf direkten Wege zur Messsonde und wird dort festgestellt und gemessen. Und das sehe ich als einen riesen Vorteil beim Partikelabscheider, egal wie er sich im Zustand befindet. Mit der Messung haben wir nie Probleme, denn der Feinstaub, der ohnehin geringe Anteil, wird um bis zu 95% weiter reduziert. Tja, und das andere ist natürlich, für so eine Technik, die das Ganze möglich macht, kriegen wir einen Zuschuss in Höhe von 2500 Euro on top zu der Förderung. So ist der aktuelle Stand. Also die 30%, 50%, 60% bis 70%, die gibt es ohnehin für die Anlage. Und dort on top kommen die 2500 Euro hinzu für eine so tolle staubmindernde Technik, wenn wir die einsetzen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, da muss der doch immer mit rein. Also er bringt nur Vorteile. Er kostet letztendlich den Betreiber nichts, weil durch die Förderung ist ja die Investition damit getätigt. Vielleicht ist es sogar etwas günstiger für den Anlagebetreiber, kann ja auch der Fall sein. Warum denn dann nicht immer dieses Teil mit nutzen? Ja, und das erklärt sich ganz einfach. Das Problem ist einfach, der Partikelabscheider kommt in das Verbindungsstück, also in die Strecke zwischen Kessel und Schornstein, da wird er eingesetzt. Das Erste, was in so einem Verbindungsstück zu finden ist, ist 2 mal D, Abgang vom Raucherstutzen, also 30 Zentimeter nach dem Kessel, hier ist die Messöffnung des Schornsteinfegerswohrkohlenmonoxid, CO-Mist. Danach gefolgt kommt das Einbaustück für den Zugbegrenzer, was ganz wichtig ist, der konstante Druckbedingungen in unserem Abgassystem sicherstellt. Ganz egal, ob das draußen kalt oder warm ist, wir haben immer einen konstanten Unterdruck im Kessel, der wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und erst danach kommt mit ca. einem halben Meter der Partikelabscheider zum Einsatz und wiederum seine Abscheidestrecke beträgt dann nochmal 50 Zentimeter, wo dann der Schornsteinfeger die Staubmessung macht. Also hier vorne CO, da hinten die Staubmessung. Und das ist einfach das Problem, wenn der Kessel zu nah am Schornstein ist, baulich sind eben nun mal mitunter so die Gegebenheiten, dann kriege ich den nicht mit eingesetzt, dann kann ich das nicht mitverwenden, tja, dann kriege ich keine Förderung. Und das freut uns, diesen Umstand, da haben wir wirklich lange drauf hingearbeitet. Das ist in voller Unterstützung vom Werk, die da die Zertifikate alles uns mit zur Verfügung gestellt haben. Mein Kollege, der Kevin Reimann, war der sehr, sehr eifrig und hat all diese Unterlagen gesammelt und der Behörde zur Verfügung gestellt, dass jetzt alles lückenlos ist. Also wir sind förderfähig mit Partikelabscheider, wir sind förderfähig ohne Partikelabscheider aufgrund der hervorragenden Emissionswerte von diesen Kesseln. Tja, und insgesamt hat sich ab heute jetzt die Liste, bezogen auf unsere Kessel, auf insgesamt 64 Kesselvarianten, Atmos-Kesselvarianten ausgedehnt. 32 Kessel, halt einmal mit und einmal ohne. Tja, das ist ein sehr, sehr schöner Umstand und wenn es dazu Fragen gibt zum Thema Förderung an sich, wie ist die zu beantragen, was muss ich als Installateur, welche Voraussetzungen brauche ich, das können wir alles mit begleiten. Da geben wir wirklich viel Input für unsere Partner und wenn es da Fragen gibt, stehen wir gern zur Verfügung und freuen uns auf Fragen, Feedback, auf was auch immer. Wenn es ansonsten interessant ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie wieder bei dem Kanal mit dabei sind. Bis dahin sage ich viele Grüße, ciao und bye bye.